Wir hatten heute ein wunderbares Programm in Linz. Wir hatten heute ein wunderbares Programm in Linz. Wir haben zusammen Hare Krishna gechantet. Ich hatte einen kleinen Vortrag gegeben und dann hatten wir mit den Gästen Prasadam gegessen. So an dieser Stelle danke an alle Gäste die heute beim Programm in Linz waren. Und Hare Krishna. Mir geht's sehr gut jetzt. Okay. Und das Essen ist hervorragend. Reis mit einer süßen Speise. Okay. Und eine Soße. Aha. Also das was mir am besten gefallen hat, was mir am besten gefallen hat, das sind die Leute. Weil die sich schön offen sind. Wir haben immer gemeinsam gesungen. Wir haben immer gemeinsam gesungen. Wir haben immer gemeinsam gesungen. Wir haben immer so. Und da hat man so richtig das Feeling. Es ist einfach eine gewisse Energie da. Ja. Es ist einfach eine gewisse Energie von Mensch zu Mensch. Weil die auf einen zu gehen. Weil die einen auch gleich empfangen und so. Das was ja heutzutage nicht mehr so in unserer Welt ohne Vorteile. Ja. Das was ja heutzutage in der Welt leider nicht mehr so ist. Die Leute fühlen die schlappen. Die fahren los und so oder so. Ja. Das ist bei euch auf keinen. Also das hat man ein bisschen gefallen. Beim Singen, wo man ein Gänsehaut drückt, war wahnsinnig. Das ist ein wenig. Das ist jetzt relativ. Ich würde ja sagen wir gespürt nicht. Es ist ja so, dass die Leute die Raum für dich befüllen. Aber nicht körperlich. Die sitzen nicht so da. Sondern du kommst rein und spürst dich. Dass die Raum aufmachen würde. Das ist schick gewesen. Ganz egal was für Menschen. Ich habe auch gerne Vorurteile und jeder will auch noch mal. Ich habe vor 10, 12 einmal das Buchbuch erhalten. Von so einem Mönch. Und habe auch schon ein paar Sachen rausgeholt. Und ich konnte es nicht so aus. Vor 5 Tagen das erste Mal. Hast du ein Buch bekommen? Ein bisschen reingeblättert? Ja. Die ersten 10 Seiten. Okay. Ja, wir haben jetzt ein paar Jahre gekauft. Ich habe 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 ein paar Jahre gekauft. Und habe es in der Kassel gemacht. Okay. Wie sieht die Körperlicht? Das ist spirituell. Okay. Aber spirituelle Ordnung wäre es einfach. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Danke euch. Hare Krishna. Hare Krishna. Das war sehr schön. Or Hasena. O wir haben wir einen Charakter. Wir spielen einen Charakter. 士 Kirshbaaten und Leider machen. Amen. Amen.